Die Verfassung von 1819 war ein Ergebnis jahrelanger Auseinandersetzungen zwischen den württembergischen Ständen und dem König. Als im März 1815 König Friedrich die Landstände nach Stuttgart berief, wollte er ihnen eine eigene neue Verfassung vorlegen. Diese Verfassung wurde aber in Bausch und Bogen von den versammelten Landständen abgelehnt. Sie wollten sich vom König keine Verfassung schenken lassen. Daraufhin entstand ein vierjähriger Verfassungsstreit, den erst Friedrichs Sohn, König Wilhelm I., lösen konnte. Das Ergebnis war die Verfassung von 25. September 1819. Schon die äußere Aufmachung der Urkunden zeigt den Unterschied. Während die Verfassung König Friedrichs von 1815 opulent aufgemacht ist, mit königlichem Monogramm, Krone, ist die Verfassung von 1819 schlicht. Und vor allen Dingen auf der ersten Seite werden die Stände genannt, die stolz verkünden, dass sie diesen Vertrag mit dem König auf Augenhöhe in freier Vereinbarung geschlossen haben. Die Verfassung von 1819 gewährte bürgerliche Grundrechte. Das war sozusagen der politische Stand, der auch in anderen Ländern erreicht wurde. Das Besondere in Württemberg war aber, dass die Stände ein sehr weitgehendes Kontrollrecht über die Regierung sich ausbedungen hatten. Und der Hebel für dieses Kontrollrecht war das Mittel der Steuerbewilligung. Das war tatsächlich einzigartig, dass sie die Steuern nicht nur bewilligten, sondern auch über ihre Verwendung entscheiden durften. Man wollte über das Steuerbewilligungsrecht die Macht des Fürsten kontrollieren. Das war der Grundgedanke.